Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. Ja, und da haben wir schon wieder den nächsten Bösewicht. Den wir doch mal direkt. Ja, ohne Worte. Okay. Das war sein Verderben. So, okay, wir dringen mal jetzt in die gute Stube ein. Das können wir hier anscheinend tun. Oder auch nicht. Hm. Okay, wir müssen doch hier irgendwie reinkommen. Das gibt's doch gar nicht. Äh, 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 äh. Wir versuchen es mal hier drüben. Ja, hier. Hier geht's auch nicht. Oh, man. Der muss doch hier irgendwo durchkommen. Das gibt's doch gar nicht. Na, jetzt fängt's doch nachher an zu sächen. Oh. Ja, oder so. Ups, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oh, und wir kriegen Besuch, glaube ich. Nee. Der läuft woanders hin. Da ist aber einer. Okay. Okay, dann werden wir mal. Okay, da hinten ist die Zielperson. Alles klar. Okay, hier hinten. Lassen wir mal die Drohne fliegen. Drohne fliegt. Denn ich habe das Gefühl... Wir haben hier Suchscheinwerfer. Okay, da ist schon wieder die nächste Person. Suchscheinwerfer. Und wo ist... Wo... Mit dem sind's fünf. Okay, da ist er. Der Leutnant. Verhören Sie. Verhören Sie das hochrangige Ziel für Geheiminformationen. Naja, genau das wollen wir tun. Ähm. Ach, hier vorne. Alles klar, alles klar. Da wollen wir hin. Da müssen wir hin. Okay. Hier müssen wir es aus... Was? Aha. Eine Bahnstrecke. Okay, ich glaube, wir kriegen hier hinten Besuch. Ja. Tango ist tot. Okay. Und da hinten kommt der nächste. Glaube ich. Oh, fuck. Okay, sie sind alarmiert. Gar nicht gut. Scheiße. Der Leutnant will abhauen. Ah, fuck. So. Erstmal verstecken. Wow, wow, wow. Nein, 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 nein. Scheiße. Fuck. Ah, verdammt. Das gibt's ja gar nicht. Wow, 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 wow. Ah, shit. Okay, schön cool bleiben. Okay, cool down, cool down. Dann, da ist der nächste. Abschuss. Okay, hier kommt der nächste. Okay, hier ist auch platt. Heli, in den Staub. Jesus Christ. Runter, alle runter. Heli. Jawohl. Okay, da hinten sind noch welche. Hier kommt einer. Wo ist er? Klappt. Ist er. Hier müssen wir den Hubschrauber irgendwie. Runterkriegen. Mann. Oh, hier kommt der nächste. Achtung. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Das ist, glaube ich, nur der Hubschrauber. Nur. Okay, der fliegt weg. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das mal fassen. Äh, sammeln. Okay, 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 okay. Auf zur Mumpelbox. Waffenkiste entdeckt. Genau. Genau so sieht's aus. Wo ist sie denn? Hm, hm, hm. Hä? Was? Äh. Was ist denn da drin, wahrscheinlich? Okay. Dann gehen wir mal da rein. Jawoll. Hä? Ist irgendwo jemand in der Nähe? Das schauen wir uns doch mal an. Freundchen, wo bist du? Da ist er. Nee. Hä? Komm, zeig dich. Ah, da ist er. Ja, genau. Okay, dann schalten wir ihn mal vorher aus. Bevor wir hier, äh. Sehr gut. Ah, okay. Sehr gut. Okay. So. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich jetzt hier... Hm. Muss ich da irgendwas ausschalten? Okay. Ja, scheiße im Dreck. Einfach gegenballern. Ah, doch. Na gut, das... Das bringt jetzt auch nichts mehr, glaube ich. Die haben nicht Paneele hier. Das ist... Das ist... Okay, hier hinten ist noch ein... Alarmturm. Aber... Ja... Wie gesagt, ich glaube das nie dicht, dass das noch irgendwas Beringen gebracht hätte jetzt. Ach, da drin ist noch mal eine... Ach, da drin ist noch mal eine... Ah, ist das dunkel hier. Ich sehe nichts. Hä? Warum ist denn jetzt hier so komisch hier? Es ist echt dunkel hier. Machen wir doch mal diesen hier. Hätten wir auch vorher drauf kommen können. Alles klar. So. Ist hier noch irgendwas zu erschnüffeln? Ansonsten... Wenn nicht, würde ich sagen... Ist das hier mit abgeschlossen. Glaube ich. Oder? Wie sieht's aus? Ich glaube, ja. So. Hier oben... Ah, ne. Hier ist nichts mehr. Hier ist ja gar nix. Hier ist gar nix. Gar nix. Gar nix. So. Dann schnappen wir uns den Heli. Und bewegen uns zu unserem nächsten Team. Und der ist bewaffnet. Sehr gut. Ich fliege. Los geht's. Okay. Bevor es los geht, erstmal auf die Karte gucken. Wo wir hin müssen. Achso, da ist... Was ist das? Nebeneinsatz Mörser. Unterstützungsaufwertung. Rebellen-Mörser-Cooldown. Verringern Sie die Wartezeit zwischen der Nutzung der Fähigkeit Mörser und einer anderen Rebellen-Unterstützung. An sich nicht so verkehrt. Dann... Achso, das ist unten am Ort. Ach, wir probieren es einfach. Wie weit ist das weg? 500 Meter. Okay. Das war ein kurzer Flug. Aber egal. Oh. Ah. Ah, wie der schön. Oh, gosh. Hier drin war doch auch einer, oder? Ja. Ich glaube, das sind nicht die Einzigen. Äh, besoffenes Schwein, du. Oh, der kommt hier auf... Äh, hinten rum. Achtung. Vorsicht. Gegner getroffen. Ah, scheiße. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Ja. Mal schauen, ob sie sich in unsere... Ja, die bewegen sich in unsere Richtung, glaube ich. Ja, 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 ja. In ein paar Sekunden sind die bei uns. Was machen wir? Ah, cool, da. Die schalten wir aus. Was soll's? Ja, 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 sie bewegen sich langsam in unsere Richtung. Aber wirklich langsam. Hm. Okay. Sie kommen. Und ihr bleibt erst mal draußen stehen. Ja, Freundchen, komm. Komm einfach rein. Ich begrüße dich. Abschuss. Jetzt der Nächste. Oh, der kommt. Ah, fuck. Warum schießt der nicht? Warum schießt du nicht, Mann? Oh, der hat nicht geschossen. Was ist hier los? Ah, so eine Kacke. Der hat sich nicht gedreht. Der hängt da fest, ey. Verdammter Sch... Ja, okay. Alles cool. Alles cool. Alles cool. Willst du nochmal? Danke. Ah, ich weiß gar nicht. Vielleicht bin ich auch hängen geblieben mit der Maus irgendwo. Ich weiß es nicht. Ah, scheiße. Okay. Okay, dann... Ja, auf geht's zum nächsten Ziel. Ups, was war denn? Moment, 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 Moment. Hier ist doch irgendwas. Fertig... Äh, Quatsch, Chef. Dort Fertigkeitenpunkte finden. Na, dann tun wir das dann mal. Ah, cool. Sehr gut. Aber... Ist der durch... Ah, der ist durchs Fenster gekommen vorhin. Okay. So. Na gut, vergessen wir den kleinen Zwischenfall mal. Ach, du Scheiße. Oh, Mann. Sie sehen ein bisschen nervös aus. Oh, Mann. Der Sender kriegt ne Menge Schaden ab, Mann. Ne, sehe ich nicht so. Noch nicht. Ich schieße auf die Asche. Wir lassen sie den Scheiß-Sender zusammenschießen. Shit. Sie stören die Sendung. Die Botschaft kommt nicht durch. Ah, fuck. Die Verdammten-Dreckssäcke. Okay. Okay. Da hinten sind sie. Die sind da drüben. Auf der anderen Seite, glaube ich. Ah, von hinten kommen sie auch. Ganz toll. Ganz toll. Wow, 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 wow. Scheiße. Ich würde gerne zurück zum Heli, aber. Auf zum Heli. Dann machen wir das anders. Okay, kommt. Rein hier. Okay. Ah, wo sind die Schäden? Okay, erledigt. Sehr gut. Okay, na gut, das ist ein bisschen gescheitert, aber wir fliegen einfach mal zur nächsten. Was haben wir denn in der Nähe? Was haben wir hier? Wir haben hier... Untersuchen Sie diese wichtigen Aufklärungsdaten, um einen neuen Einsatz in Okoro freizuschalten. Alles klar. Dann bewegen wir uns mal dahin. Hier wimmelst du nur wieder so, oder? Abseilen wäre echt cool. Oh. Oh oh. Jawoll. Oh, scheiße. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt mal flüchten hier. Alles. Okay, sehr gut. Alles klar. Und bevor wir an die nächsten Daten rankommen, unser nächstes Ziel verfolgen, sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Adios. Ciao, ciao.